Tja, Payne. Payne war eine Hexe und wurde verbrannt. Da ist vielleicht ein Trailer noch verfallen können. Haha, Julia! Ja, ich wollte einen Job! Ja, aber ich bin nicht verbrannt. Da lacht ihr. Was geht ab, Leute? Wir zocken euch wieder ein bisschen. TNT, aber heute Klassik. Mit einfach geilen Gamern. Und zwar mit... Au! Da, hallo! Ist das? Er ist dieser Au! Er klingt sympathisch. Der ist neu. Man kann es schon zu halten. Das ist ein Lab-Effekt. Oh Gott! Du hast nicht die Lava gelaufen. Ah! Oh, das habe ich lange nicht. Aja! Aja! Das ist doch die, oder? Das ist die Map. Das ist die Aja-Map. Aja-Map. Frickin' Weeps. Dalu ist böse! Dalu ist böse! Dalu ist böse! Ich werde mich umbringen. Das ist... Ich hatte mich gepusht... Da eine Banane! Oder wir kann ich das verstehen? Hast du also wirklich vergessen, dass hier unten Wasser ist und ich dadurch nicht sterbe? Ich habe jetzt einfach nicht gar nichts. Blitz ins Wasser. Ah! Schieß wirklich Blitz ins Wasser und irgendwas ist auch böse. Ah! Blitz ins Wasser und irgendwas ist auch böse. Blitzen kommt nicht an! Du hast keine Kraft hier! Ich bin gestorben, hatte aber Second Chance, dann ist aber Items an meinem Märtyrer gestorben. Ja genau, warum wurde dann noch ein Slides? Wahrscheinlich, weil das episch war. Es gibt niemals zu viel Slides. Dramatic hier. Ich mache den Push, damit für den Fall, dass die Nate da liegen sollte, sie nicht da ist, der hat nicht funktioniert. Soll gut aus. Mensch, da war ein bisschen Lava, habe ich dann gemerkt. Weißt du? Tat dir leid, ja. Es ist echt weiter unten. Was hast du denn da für eine Wägel? Schwangle? Das war knapp. Ups! Du bist runtergeflogen. Ja, bin ich teest. So weit bist jetzt bestimmt nicht runtergeflogen. Ich bin unten im Wasser gelandet. Das ist schon mal der Wunde. Jemand hat meinen Turten gesnackt. Da bist du doch wieder, von wegen Wasser aus. Dann hat er sich wiederbelebt. Second Chance. Dann hat er sich wiederbelebt haben. Ja, mit seinen Hacks. Sekunde Schanzer. Immer wenn so einer ein Lichtschwert zieht, muss ich gucken, ob das nicht Road ist. Payne, Vorsicht mit dem Teil. Ja, Bazaar? Ja, ich mache nichts. Bazaar ist das typisch. Oh mein Gott, hast du es gehört? Monka Omega. Du wirst jetzt nichts Böses tun, Payne. So ein fleißiges Heimwerkerleiter. Vertrau dir. Nein. Warte, jetzt habe ich die Dragon Balls da rein. Hier ist ein neuer Dragon Balls. Okay, wenn da oben die man-hacks sind. Oh, Dalo ist es! Wir haben schon ein paar. Und ran anscheinend auf. Gefolgt Dalo. Was? Du hast gerade auf einen geschossen. Dragon Balls. Aua. Wohin, was? It could be go only. Ah, sorry Connor, der kam hinter dir rein. Ja, ja. Ich finde es so interessant, dass die Version sich so krass unterscheiden. Du kriegst kein Feedback, wenn du erschossen wir es irgendwie. Einerseits das und irgendwie macht die Shotgun mehr Damage gefühlt. Ey. Du hast gerade gar keinen Schaden genug. Classic ist super. Du hast gerade von der Shotgun angenommen. Aber es sind so ein paar Quality of Life Chains, die fehlt. Allein Sprinten. Ja, Sprinten. Ganz schlimm. Du hast mir sogar ziemlich wohl. Du bist so langsam unterwegs. Ist keiner an der Proximal gestorben? Das war dieser Laser, dieser, der sich so hoch gecharged hat, glaube ich. Wow. War nicht cool genug. Wenn ich sie gelegt hatte, da wollte ich nicht mal hingehen. Wollt kein Spielverwerb dabei sein. Da hatte ich sie noch nicht gelegt, als du mich gesehen hattest. Das war auch was dann gab es, wie du dich wolltest. Hallo. Hallo. Ich habe sie relativ spät dann erst gelegt und es kam auch dieser Charge-up-Sound. Okay, du hast dann glaube ich dann die Man-Hack-Promenade gehabt. Oh, warte. Ich hatte schon die Dinge miteinander. Hallo. Da kommt einer bei mir. Und einmal. Okay, lass items erschießen. Der sieht doof aus. Gutes Ausschlussverfahren. Ja, ist es. Hey, item-Wage. Und was hast du hier? Ich glaub, ich sagte, er hat gesagt, item-Wage. Nee, item-Wage. Nee, item-Wage. Nee, item-Wage. Das ist runtergefallen. Das ist immer noch item-Wage. Das ist Quatsch, was erreden. Wir schießen einfach jeden bisschen an. Das items anschießen. Das item-Wage. Ein Traitor ist im Wasser. Ein bis zwei Dragon Balls sind im Nether. Nesher. So hab ich da rausgeholt. Nesher. Im Kesher. Haben wir jemand Payne vom Turm schon? Der 1 ist, glaub ich, nach oben beim Träter-Tester. Wer ist im Turm schön? Payne schön. Payne. Wow. Ich auch. Kann ich schwimmen? Gibt's auch eine runtergesprungen? Gibt's auch eine runtergesprungen? Gibt's auch eine runtergesprungen? Das ist immer jemand. Ah, mein. Das war ein Leuchtturm. Ah, das war eines oder Payne. 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 Oh, mir war das davorgefallen? In den Tod? Nee, items ist ins Wasser gesprungen, weil Payne da oben in Turtles gelegt hat. Nee, nee, nee. Items ist runtergefallen. Boah, der hat Payne noch erschossen? Ist das sein Ernst? Ich wette trotzdem, dass Items lebt wieder. Das Items ist Tegi Kunran. Payne ist eine andere. Ja, deswegen war das sein Ernst. Nee, du auch. Weil du gerade von der Leiche weggeschrungen hast. Das war richtig knapp. Jetzt erstmal. Ganz langsam, ja. Ich mag dieses Slow-Mo-Spiel. Ich mag dieses Slow-Mo-Spiel. Die Bombe macht Spaß. Nee, hat nichts. Ich, ich bei mich. Ah, 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 ah. Das wird jetzt richtig skil. Oh. Ja, genau, Alter. Weißt du? Was ist das? Er hat sich noch so vorbereitet. Er hat sich noch so vorbereitet. Ich kenne mal mein Spiel nach. Wenn wir den Fall gelöst haben, ey. Krass. Fallfall gelöst. Ich wünsche mir eine Kooperation mit einer Dokumentationsserie, die Psyche von Payne erforscht, warum der eine Turtlenate auf den Spot, wo ich Campe lege, während ich auf dem Turm stehe. Weil du campst vielleicht, oder? Vielleicht. Weil ich Campe, warte. Ja, genau. Campe wird nicht gestattet. Payne erst mal shoppy shop, ne? Ey, ich kann ja gar keinen mit meinen Minecraft töten. Nein, Payne ist einfach schon. Du kannst da gerne mit töten. Das ist... Ich wollte die eine Runde geprobt, glaub ich. Oh. Das sah gesund aus. Es tut uns was. Ich hoffe, er trinkt jetzt nicht. Nee. Nee. Er ist noch badly wounded. Er ist zwischengelandet. Ja, so ist gut. Buh, bluh, 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 bluh. Guckst ihn weiter, dann den Trink. Es ist mein. Ey, mich bitte nicht erschießen. Geh her! Meins! Ich hab's gefunden. Ich hab's angeleckt. Dann gehört's mir. Dann gehört mir. Dann gehört mir. Ich hab 39 HP. Ja, aber war du Falscher? Sag rein! Hey! 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 Ich hab nach meinem Spinat geschaffen. Ist das der Dank? Ja. Man findet keine Freude mit Spinat. Das ist aber neu. Ja. Das hab ich schon lange aufgegeben. Bin dort. Bin dort. Wenn man nicht aus dem Wasser kommt. Geh da mal weg. Hey! 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 Ich schieß gleich nach oben, du! Hey, ich komm da einfach nicht raus. Ich bin jetzt zurück. Ich werfe jetzt Granaten vom Turm. Badly wounded. Sehr gefährlich. Pain hier rumzucht. Hau! Habe ich gesagt. 36 HP. Ich hab noch mehr. Du hast doch nicht geschossen. Niemand getötet. Der hat mich geschossen hat. Irgendwie hab ihr beide geschossen, oder? Äh, ich komm an den D-T. Oh, war ein D-T. Tadalu. Hat ne Scheibe kaputt gemacht. Hätt jetzt schon wieder Juli erschossen. Und so konntest du den D-T. Die Pat hat Juli erschossen. Achso, da. Ich hab sie nicht erschossen. Ist aber an der Leiche dran. Ich hab sie erschlagen, ja? Wenn überhaupt. Ah, jetzt. Noch brutaler. Und ja. Und ja. Alter, ich wusste nicht, dass du nur noch 1 HP hast. Loll. Ich hab mir schon gedacht. Hey, es gibt doch keinen Jackal. War doch gut? War doch alles gut? Achso, da werden nur noch 2 getroffen. Max, ja. Ich wollte gerade mal ein Messer. Ja, aber ich hab nicht gesehen, wie viel Leben er hatte. Ja, ich hab Alton schon die ganze Zeit angeschossen. Ja, ich hab extra mit der Shotguns auch so eine Ferlung einfach ganz weit daneben gezielt. Und irgendeine Gugel muss ihn voll getroffen machen. Das war so. Nein. Oh. Der Penis hängen geblieben auf dem Stein. Ah, nie. Man kennt's. Hi. Hab ein Ding gefunden. Zack. Das gönne ich mir auch gleich. Zack. Ach, war da eins. Oh. Oh. Der Ofen braucht auch Feuer. Ja, jetzt schon. Und die Leute außenrum auch. Was ist das? Hier schießen wir mit dem Raging Bull. Raging Bull. Ich hab auch einen. Wieviel brauchen wir denn? Neun. Da wird geschossen. Das ist korrekt. Ne, noch vier. Drei. 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 Ja, das istんだ have de geschlossene. Tja, kennt sie was. конфissent wydaje. Tja. weg mit dem mann hack langsam wird es halt zu gefährlich dann sollte man schießen weg mit den mann recks du lieben warum gerade die waffe gesucht ich hab eine schnippe gesucht wenn ich schon da bin nichts gefunden und maxi von der mann hack getötet das stimmt nicht von einer schotten kleine mennick am letzten schaden ein bisschen diese kack dinge da ich entkomme euch dallas hier oben wo der vorsichtige schmerz dallas hier im wetterraum oh Oh oh! Wir rennst gleich. Können die Bindings bei herkommen? Nein? Das sind so Dinger. Das sind so Knöpfe. Wird ihr es nicht gefunden? Einer davon war in der Water Cave. Also hier in der Cave, wo auch einer von euch gestorben ist. Echt? Nieder der Fackel, ja. Den zweiten habe ich aber auch nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ihr könnt auch glaube ich alle Kisten noch aufmachen mit ihm. Ja. Also vor zwei Runden hätten wir alle gefunden können, weil ich wusste, wo alle restlichen waren. Auch. Immer wieder tragisch, nur 90% zu finden. Ich kann es auch kaputt schlagern, man muss ja immer nichts mehr verwenden. Das ist Amerika, hier gibt es genug, Moni. Das sieht er eh nicht so viel aus. Juli wurde gerade gesniped. Von Idem's. Nein? Hallo? Hallo? So war es von? Ich habe es schon genau gesehen. Wir werden beide neben mir. Okay, das ist jetzt easy, weil Konda und der andere ist. Oder mach. Es sind viele Tote, kann ich jetzt nicht mehr weiter verraten. Der Item ist nicht verraten. Kann Pay sein. Das Problem ist Pay, kann immer die Trennerfolge wieder anschalten. Also ich sehe noch zwei Diablocke. Okay. Ja. Aber. Ah, Konda. Oder sagen. Im Moment liegt aber eine Leiche. Und wird das Film drin. Und der liegt sehr ungünstig. Der ist bestimmt explosiv. Sei vorsichtig. Ich hab noch keinen Aim im Classic. Ich wollte den Diamant aus dem Nether holen und bin in die Lava gefallen. Der Fanskilling Classic. Tja, Payne. Der Diamant im Nether, der letzte der noch da war, war auch fast unerreichbar. Payne war eine Hexe und wurde verbrannt. Er hätte vielleicht einen Trailer noch erfallen können. Julia. Ja, ich wollte einen Job. Ja, aber ich bin nicht verbrannt. Boah, was ein Trinkshot. Da lacht ihr. Was hast du getrickt? Ich hab einen Minecart hoch in die Luft geworfen. Oh ne, ich hab das stopft hier. Und das mit dem ersten Minecart weggeschlagen. Und das mit dem ersten Minecart weggeschlagen. Alles gut. Zack. Zack. Lohin. Chris heißt meine Waffe. Wie heißt deine Waffe? So, der Eindruck ist ziemlich fies. Chris. Chris weg. Wir haben schon richtig viele Diamonds, Leute. Diamonds are forever. Look at these diamonds. I'm mining for diamonds. 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 Ja, ich hab den einige verstecken geholt. Hey! Wow, Moment. Ich könnte wieder items gewesen. Ich hab ne Sekunde gebraucht. Ja, ein Ei. Und irgendwer hat Payne den Rücken gesniped. Das war nicht Payne. Das war nicht Items. Das war ein Ei. Ich bin übrigens schon tot. Nur dass es wisst, gell? Nein. Ich bin übrigens schon tot. Scheide. Bist wer war der Sniper, der in die Rücken gesniped? Das wird Axie gewesen sein. Das war in der Höhle. Ja, und da bist du noch nicht so lange. Also, jetzt mal ehrlich, aber wer von euch hat da loben gebracht? Items. Das war ich nicht. Items ist dein Selbstmordkommando. Ach so, das Selbstmordkommando. Hey! Hörbchen! 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 Jetzt hab ich das Röntchen gefangen. Lass gerne lang. Schaut mal vorbei. Ich hab jetzt gechockt. Ciao!